Moin. Heute bin ich ein Penis. Ja, alles was ich heute mache. Ein Penis sein. Los geht's. Warum gucken mich eigentlich alle so an? Habt ihr noch nie einen Penis gesehen? Echt schwer zu laufen, wenn man so dicke Eier hat. Hi. Hallo. Grüße. Grüße. Ist mir aber schön. Hallo. Hallo. Wollen Sie noch meine Eiche streicheln? Na komm her. Meine Eiche? Ja. Danke. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Mit dem Penis ist man recht viel sympathischer. Ich bin dein Penis. Die gehen alle weg von dir. Hallo. Oh. Oh ja man. Oh. Ich bin gerade schlaff geworden. Ich muss kurz wieder hart werden. Ich will immer das Deo von ganz hinten nehmen, weil dann ist es noch voll. Denkst du das Content genug, dass ich einfach mal einen Penis bin und rumlaufe? Denkst du das Content genug, sich auf Betten zu legen und zu stöhnen? Ja. Auf jeden Fall. Das ist super Content. Ja. Entschuldigung? Ja. Riechen meine Eichel gut? Riechen Sie mal. Sehr gut. Ja? Riechen Sie gut? Ja. Riechen Sie nochmal? Ich hab die eingespült hier. Schönen Tag noch. Ich bin ein Tiger. Wette verloren oder was ist das? Ich fühle mich da drin wohl. Danke. Oh mein Penis schnürt ganz schön mein Kinn ab. Hallo. Das Deo hab ich echt nötig. Meine Eiche ist sehr am stinken. Ich fühle mich da einfach wohl drin. Ja. Das ist meine natürliche Haut. Tschüssi. Tschüssi. Oh. Meine Eiche. Ich hab sie aus dem Eichel getroffen. Wollen Sie mal meine Eichel streicheln? Nee. Und meinen Hoden? Wollen Sie den mal streicheln? Ich wünsche Ihnen noch einen pimmeltastischen Tag. Oh. Meine Eiche hängt fest. Oh. Oh. Was mich doch gerade gefolgt habe. Ich schwitze. Darunter. Die Scheiße. Digga. Ich merke gerade hier wie es mit dem Arm runter läuft. Um ehrlich zu sagen, ich höre gar nichts. Das drückt meine Ohren so zu. Ist das Kostüm dezent eng? Und wenn ich nicht so lustig bin. Das Kostüm drückt dermaßen auf meinen Kopf und ich kann sehr schwer denken. Und jetzt drehen wir eine Runde mit den Bikes. Ja. Erkennen wir es. Hallo? Vielen Dank. Oh. So super. Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen noch. Hallo. Oh. Junge, meine Eier. Mal gucken, was der Limmel so lebt. Ja. Legen wir mal einen Tarn zu. Mal gucken, was der Limmel so lebt. Mal gucken, was er drauf hat. Aus meinem linken Hoden ist der Luft raus. Scheiße. Kommt zum Leben. Mein Hoden. Er verreckt gerade. Tag. Hallo. Jeder, der mir vorbeigefahren ist, hat mich gegrüßt und mir zugewunken, ey. Alle haben sich umgedreht und mein Klickschaum so zugewunken und so. Hallo? Ja. Und da war ein Typ, der war so grimmig, Alter. Er hat mich anguckt. Wie so. Oh. Oh. Jetzt geht's ordentlich Wind an die Eichel. Ah, meine Eichel zieht weg. Ah. Das tut weh. Ah. Meine Eichel, Digga. Film den Typ. Ruhig. Ihr Hund hat wohl was gegen Spänze. Hä? Der war ganz geil auf mich, der Köter. Ich muss sagen, super Leistung von meinem Kameramann, der die ganze Zeit auf dem Fahrrad filmt. Wollen Sie mal streicheln? Ich hab übel die Hängeroden. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Ah, mein Sack hängt fest. Mein Sack hängt fest. Oh. Oh. Die Junge. Ein paar Monstereier. Oh. 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 So, die ganze Luft geht das aus, ne? Dann kann ich eh nicht durchhalten. Manchmal wird er auf schlaff. Muss man einfach wieder Vollgas geben. Hast du schon mal einen Penis, einen Baumbumsen gesehen? Oh, meine Eier sind so dick. Warum lachen die über mich? Weiß ich nicht, ich will so ein Penis sein. Alle lachen mich aus. Ich habe endlich mein Aussehen gefunden, in dem ich mich wohlführe und ich ich sein kann. Hallo. Ja, hallo. Ganz schöne Schlepphoden. Oh, au. Das war an meinem Hoden. Hallo. Hallo. Haben Sie Gleitgel? Ich bin ziemlich trocken. Haben Sie Gleitgel? Ich bin ziemlich trocken. Ich glaube, das wird ein Banger-Video. Das fühlt sich gut an. Ich wünsche Ihnen noch einen pimmeltastischen Tag. Eben zu. Danke. Oh, meine Schlepphoden. Lass euch niemandem sagen, dass ihr eure Klamotten Kacke findet. Kleidet euch so, wie ihr wollt und wie ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr denkt, alle werden mich auslachen oder sagen, es sind Kacke aus dem ich was trage, kann es euch egal sein, wenn ihr euch wohlfühlt, tragt es. Ich habe endlich meine Haut gefunden, in der ich mich wohlfühle. Leute lachen aber. Lachen ist schön. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Digga, was ist das denn für Eke auf der Schwanz?